Leute, willkommen zu einem neuen Adventskalender Video auf meinem Kanal. 2. Dezember, zweites Türchen im Lego Harry Potter Adventskalender. Das befindet sich hier. Schauen wir auf und schauen nach. Oh nein, wie niedlich! Das ist ein kleines Spielzeug-Eisenbahn, so wie es aussieht. Ich bruschel erstmal wieder. Das macht ja doch ganz schön krach hier, die Plastiktütschen. Und dann bauen wir das mal auf hier für euch. So, mal gucken. Wie wir das am besten machen. Ah, okay. Das ist ja richtig tricky hier. Okay, also an das Ding hier kommen die runden Dinge hier als Räder erstmal dran. Klar. Ist das nicht der Mini Hogwarts Express? Ja, stimmt! Oh, geil! Der Mini Hogwarts Express, meine Güte. So, dann haben wir das Teil hier. So rum. Und da dann noch. So eins rein, würde ich sagen. So. So das, ja. An die Seiten auch. Und dann die Seiten auch. Das ist quasi die Achse vorne, dass das Ding Kurven fahren kann. Das ist ja beim Hogwarts Express auch so. Das ist ja geil! Okay. Dann haben wir das Teil hier. Und dann hier drei. Und dann kommen dann... Ah, die Dinge hier drauf. Okay. Ja. Und zwar einmal in Rot. Nochmal in Rot. Ja. Sollte aber richtig schon gerade sein. Ja. Wenn das ordentlich aussieht. Nochmal in Schwarz. Ja, perfekt. Das kommt dann hier oben drauf. So. Das kommt dann dran. Und fertig ist schon mal die Look. Das Hogwarts Express. Das sieht ja witzig aus. Für so ein kleines Modell. Das ist richtig cool. Dann haben wir das Teil hier. Und dann die Rollschuhe hier. Oder die kleinen Autos. Oder was das da immer sein soll. Je nachdem wo. Die kommen als Räder unten dran. Das ist ja liebevoll gemacht, ey. Wie geil ist das denn? Guckt euch das nochmal an. Hallo Autofokus? Guckt euch das doch mal an. Wie geil sieht das denn bitte aus? Ist das cool. So und da kommt dann drauf. Der Zwo und der Einer. So. Und der Einer hier ist nämlich die Zange. Das ist dann ergibt das Kupplung. Dann kommt der Dreier oben drauf. Und der Dreier ohne Nuppen. Und das wird dann hier rein gesteckt. Ja. Ah. Halt. Ich habe noch was vergessen. Ist das geil. Guckt doch mal. Ein kleiner Hogwarts Express. Wie cool ist das denn bitte? Mal sagen. Ich fände ich vorne cool, wenn es so ein bisschen schräg wäre. Aber gut. Da das in die Richtung gebaut ist. Die Stuts nach da zeigen. Ist das ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Aber trotz allem. Ein geiles Mini Modell. Der Hogwarts. Und sogar hier. Kann sogar Kurven fahren. Also sogar hier durch das Gelenk. Sogar flexibel. Und Ersatzteile dann natürlich hier. Der eine mit Noppe. Der eine ohne Noppe. Dann so quasi ein Rad. Das rundeteil. Und so ein Rollschuh hier noch. Also Ersatzteile. Ganz viel Ersatzteile bei dem kleinen Modell. Ja. Und das. Das Türchen Nummer 2. Ein Mini Hogwarts Express. Der um Weihnachtsbaum fahren kann. Ist ja cool. Ja. Hoffentlich das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich über den Kanal unterstützen wollt. Würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Immer noch der Hinweis auf die anderen beiden Adventskalender Videos. Lego Star Wars und Lego City. Links zu den Videos in der Videobeschreibung. Ansonsten soll ich danke fürs Einschalten. Und bis morgen hoffentlich. Macht's gut Leute. Ciao.